Oh! Zum Wohl! Zum Wohl, zum Wohl, ich freue mich extrem. Ich muss einfach ein wenig weibliche Energie zuschicken. Ich verarsche mich nicht. Ohne Scheisse. Valentina, können wir bitte auch ein wenig weibliche Energie zuschicken. Böhm, Champagne, Shower-Gam, wir sind voll mit Champagne. Ach, der ist noch schlechter als ich. Also, muss man irgendwie so einen Fragebogen ausfüllen, bevor man sich anmeldet, was alles gemacht ist und was nicht? Vielleicht ist es schneller, wenn man angeht, was nicht gemacht ist. Beim Anschluss habe ich ziemlich tief in Angelas Auge geschaut und sie hat auch tief in meine Augen geschaut. Und das war so ein romantischer Moment für mich. Ich brauche Nachschluss. Aber sorry, das ist wirklich... Halle! Halle! Hey, Ossia, habt ihr einen Zug drauf? Ich bin überhaupt nicht so weit. Ich bin Franzoni. Er ist ja im Deku hier, um 10 Uhr am Morgen. Heute lassen wir es krachen. Party Boot! Oh Gott! Fabienne will auch mal an. Ich glaube, der Geiler hat... Hey, nein. Jetzt hört es für mich auf. Sie macht, glaube ich... Hey, aber wirklich, die Nägel, das macht mir Angst. Du kommst wieder auf die Nägel und massieren in deinen Ohren. Sex. What you know about sex? Ah! Ich liebe Sex! What you know about sex? Sex. Ich glaube, da muss ich gleich meine Brühe anlegen. Ich glaube nicht. Ei, 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 ei. Dann muss ich ein bisschen schneller hinschauen. Schau mir! Ich würde ihn auch gerne verklopfen. Aber nicht auf die sexuelle Art. Gar nicht. Oh, scheisse. Ich habe meine Schwanz im... Ich glaube... Ich glaube, da ist etwas im Orangensaft. Wir sehen uns gleich auf einer Karaoke-Party. Oh, mit ein... Was ist das für eine Frau? Karaoke... Ähm, ähm... Hey, aber ich frage mich schon ein bisschen früher. Ich meine, es hat ja wirklich noch normale Kandidaten gehabt. Gibt es schon gar nicht. Aber wieso? Keine Ahnung. In der nächsten Folge war es wirklich dir. Weil... Ja... Wir haben gesagt, für den Bachelor-Singen. Von Erkan war nie die Rede. Es gibt ja noch andere Bachelors. Oh! Oh! Hey, hey! Wir sehen richtig! Ist es wirklich? Ich glaube... Fuck! Shit, ey! Fuck! Jetzt gerade folgt doch noch etwas. Was für eine Agenda! Auf! Uuuuuh! Wahnsinn! Oh, jetzt kommt... Jetzt kommt wenigstens... Oh, jetzt bin ich gespannt! Oh, jetzt bin ich gespannt! Warum ist der Kopf? Kopf! Mein Kopf macht Sushi-Sandalen! Ich frag sie nur aus Trotz, Trotz! 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 Batsche fährt auf vorne! Es ist keine leichte Entscheidung, die ich bei dieser vierten Nacht von der Rosen treffen muss. Aber ich bin bereit. und ich bin bereit. Wir sind so etwas von ready. Wir sind so bereit. Marlo! Komm bitte! Paolo! Ha! Ja, ich habe ihn nicht geblieben. Ich habe ihn nicht geblieben. Also wenn er sich so vorne bügt, dann kann ich schon fast nicht mehr widerstehen. Wirklich? Jetzt nach einer Flasche Prosecco? Nach einer Flasche Prosecco und dieser Körperneigung. Wäre es ihn? Das wäre ihn. Hast du gehört, Erkan? Kannst du dich hier melden? Alex ist offen für alles. Du verschwendest deine Zeit. Und meine. Und was viel schlimmer ist? Meine. Tschüss. Baff. Hast du den Text geschrieben? Ich? Ja. Jetzt kann ich es so sagen. Das Trausspiel hat das Ende. Ich danke euch tausendmal, dass ihr hier mitgemacht habt. Ein ganz grosses Kino.